Ja, morgen Nacht haben wir eine Mondfinsternis hier im Erzgebirge und das heißt, das lassen wir uns nicht entgehen. Das Mondfinsternis ist kurz vor so einem Aufgang, das heißt, der Mond steht kurz hinter dem Horizont und das könnte sehr schöne Bilder ergeben. Der Plan ist hier in dieser Richtung Südwesten. Hier irgendwo sollte dann der Mond zu sehen sein und dann ein schönes Bild mit dem angeknabberten Mond und den Lichtspuren der Autobahnen. Mal schauen, was uns erwartet. Hier sehen wir, wie wunderschön der Vollmond jetzt aufgeht und das weckt dann durch die Vorfreude auf morgen früh, an dem Mondfinsternis dann beginnt. Okay, das sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus. Eigentlich genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Der Mond, die Autobahnen. Ja, und wenn wir uns hier mal umschauen, da hinten ist schon die Morgendabung, wo dann die Sonne aufgehen. Das sieht gut aus. Ja, und wenn wir uns hier mal umschauen, dann können wir uns hier mal umschauen. Ja, und wenn wir uns hier mal umschauen, dann können wir uns hier mal umschauen. Ja, und wenn wir uns hier mal umschauen, dann können wir uns hier mal umschauen, dann können wir uns hier mal umschauen. Ja, und wenn wir uns hier mal umschauen, dann musst du mal umschauen. Also, wenn wir uns hier mal umschauen, dann können wir uns hier mal umschauen. Untertitelung des ZDF, 2020